Willkommen zu einer neuen Folge DAISY! Wie ihr schon mitbekommen habt, es geht richtig ab. So macht man das. Vom Neutral, Vollgas und den ersten Gang reinknallen. Genau so. Alter, waren wir schon mal so erfolgreich in diesem Spiel. Sag das jetzt nicht, sag das nicht. Sonst sind wir das gleich nicht mehr. Vorsicht der Uhr ist gleich wieder auf der Seite. Brems mal nochmal. Es leuchten einfach die Blinker. Echt? Ja, guck mal. Von hinten. Aber die Räder blockieren sogar. Ne? Oder sagt, zeig dir das nur an. Weiß ich nicht. Kick down, Junge. Kick down! Was ich ja erstaunlich finde, ist, dass deine Füße sich bewegen. Genauso wie sie müssen. Ja, aber da sind keine Pedale, ne? Ne, aber sie bewegen sich. Er tut wenigstens. Die Pedalen siehst du nur nicht. Dafür bist du zu doof. Verstehst du dich. Achso, okay. Und vor allem den Schaltknüppel, den Touch da einmal so an. Also das ist auch mit Touch. Das ist ein moderner. Der schaltet sogar. Achso, der schaltet immer nach vorne. Ja. Okay. Ne, das ist so ein Touchschalter. Der funktioniert mit Gedankenkraft. Ne, das ist hier sequenzielles Getriebe. Ne, das sowieso. Nach hinten ziehen ist hochschalten und nach vorne ist runterschalten. Ja, genau. So kommen sie hin. Das passt doch nicht. Ne. Alter, ganz ruhig. Der nagelt ein bisschen. Muss. So. Wo kommt der Waffenhalter hin? Warten Sie. Hier? Äh, wo wollen wir denn denn hinstellen? Ne, hier so schön neben das Zelt. Da ist die Munition, da sind die Waffen. Mach mal. Mach mal dahin da. Äh, ja, stell dir mal. Oder ja, okay. Also wir können jetzt NPCs killen. Hast du die Mission eigentlich jetzt auch? Äh, wie? Ne, ich glaube nicht. Wenn du hier in die Richtung guckst, dann wirst du stehen Get to the Village. Einmal die Stats ausfüllen. Siehst du dieses Haus da vorne? Dieses zwei Etagenhaus? Was ausfüllen, auffüllen, auffüllen, auffüllen? Siehst du das mit dem silbernen Dach vor uns? Äh, ja. Äh, da müssen wir rein. Also da kommen die raus. Hast du einen Dosenöffner? Na klar. Benutze ich glaube. Komm mal rein. Ich muss ja auch mehr nochmal Speck reinknallen. Ja. Beschädigt inzwischen, alter der war mal makellos. Ja, das ist mal richtig schönes Team. Ja, das ist mal eine Ladung Dosen. Speck. Sposendeck. Sposendeck. So alle Warten sind nachgeladen. Der Dosenöffner liegt hier, ne? Dann musst du wieder aufheben. Jo. Es geht los. Die sind jetzt bei dir. Hier ist keine Sau. Geh mal runter. Ah, echt klar. Ja, und was ist jetzt hier? Hier ist keiner gespawnt, weil du hier bist. Jetzt die Mission kaputt oder was? Ne, ich denke mal die kommen trotzdem. Einfach abwarten. Kann man nicht. Erste schießt schon. Einfach laufen. Die treffen mich. Vor mir. Komm, Rinn. Mach zu. Komm, Rinn. Mach zu. Hier ist ein Spieler. Das war ein Spieler. Ladehemmung. Mach die Tür zu. Ich habe eine Ladehemmung. Was hat der denn? Was hat der für eine Waffe? Ne KAM. Ladehemmung. Der haut mit der Axt auf mich ein. Die stehen wieder auf. Ich muss mich heilen. Wo ist mein Verband jetzt hin? Hallo Server. Ich glaube der Server ist jetzt weg. Ey. Wie willst du hier spielen? Der steht auf. Ich kann nichts machen. Er stirbt nicht. Das kann nicht wahr sein. Das ist ja unspielbar. Das geht überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Oh, ein Lederneeset. Wie geil. Und dann kann eigentlich auch durch kaputte Magazine irgendwie Ladehemmung oder so kommen. Das hatte ich auch schon. Okay, weil dann sollte ich auf jeden Fall nicht dieses eine Magazin hier benutzen zum Schießen. Das ruinierte? Ich habe zwei demolierte. Eins ist ruiniert. Ja gut, das kann ich gleich weghauen. Das kann ich einmal leer machen und dann wegbauen. Äh. Wirst du das? Ja, hab ihn. Das ist okay. Das ist okay. Ich kann es nicht mal mehr entladen. Das ist ja ehrenlos. Alter. One tap. One tap. One tap. Das ist so hoch auf dem Berg. Scheiße hoch. Bei dem roten Haus. Ja, ist tot. Ist er tot? Ja, ist tot. Hoffentlich tot. Wo sind eigentlich immer deren Waffen hin? Was, der geht, K? Ich habe die aufgesammelt. Das war so eine scheiß MP. Von dem jetzt. Gut. Na, dann gehen wir nochmal zur Markierung. Also zu, nee, das ist nicht meine Markierung. Das Haus, wo du jetzt bist, meine ich. Ja, hier gehen wir hin. Ladehemmung, Ladehemmung. Ja, lauf, lauf, lauf. Ist der draußen oder ist der drin? Ich weiß nicht, ob er rausgekommen ist. Ich sehe ihn nicht. Wo stand denn er? In der Tür. Er ist weg. Äh, ich glaube, er ist... Ja. Junge. Alter, warum haben die denn immer keine Waffe dabei? Nein, die haben die eine Waffe dabei. Na gut, er hält es nicht. Oh, meine Rucks ist ruiniert. Alter, hattest du Glück. Guck mal, was er für eine Waffe hatte. Hier liegt sie. Da hattest du aber richtig Glück, dass er dich damit beschlossen hat nur. Und die machen Türen auf, ne? Ja? Hat er die gerade aufgerissen gehabt oder? Hat er die aufgerissen? Und ich habe hier seine Fresse weggeballert. Also dir geht es auf jeden Fall vom Zustand noch besser als mir. Obwohl ich schon massig Schüsse abbekommen habe. Ja, ich habe einmal die Axt in die Schulter gekriegt und habe mies geblutet. Ja. Und dann kam der Typ noch, dann konnte ich mich auch nicht mehr heilen. Alter, wenn jetzt drei in der Kirche sind, ne? Ja, es bleibt ja kaum noch ein anderer Ort, ne? Ja, eigentlich. Aber die große Tür geht auch nicht auf, ne? Oder? Oh, doch. Oh, oh. Ist da was? Ist da was? Ist da was? Einer. Ist da einer gewesen? Jo. Der ist dort. Mach mal zu dir hinter uns. Ey, von ihm musst du dir die Maske nehmen. Die sieht übel geil aus. Mosin. Bleib liegen. Was? Er hat Mosin. Die stehen auch immer wieder auf, ne? Ja. Dann nimm mit Mosin. Fast nicht mehr. Nimm mal seine Maske mit. Die ist voll geil. Jo. Die setze ich mir gleich auf. Aber ohne mache ich nicht. Praktische wirst du ruiniert, ruiniert, ruiniert. Ja, tut mir ja leid. Die sehen auch aus, die Typen, ne? Alter, wie geil. Was? Ich habe einen neuen Rucksack. Der ist so... Hä, du hast nur so einen kleinen? Warum hast du nur so wenig Platz im Rucksack? Ich habe 90. Ja, ich weiß auch nicht. Was? Äh, warte mal, warte mal. Kommt hier jetzt was? Vor allem ist jetzt mein Rucksack übel hässlich. Hier, äh, links oder hier gerade hoch, das Haus? Der Grüne? Das wird sein. Fenster gucken ist nicht. Nein, ne? Hier ist keiner. Alter. Da sind die auf der Flucht. Was schießt hier? Ich. Was noch? Vielleicht kommen die dann. Ja, irgendetwas kann hier nicht stimmen. Irgendetwas muss hier gewaltig schief laufen. Sonst wäre das nicht so, wie es ist. Alter. Na, irgendwie muss man die doch anlocken können. Ja, eigentlich schon. Ja, oder die NPCs blieben halt wirklich. Und die sind schon drei Dörfer weiter. Ja, was soll der Dreck? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und dann gehts mal gut. Da ist das. Ja.